Untertitelung des ZDF, 2020 einer Konvention verankert, liegt es an uns, dass Inklusion seinen Platz hat. Viele denken nur noch an Karriere und Job und haben ein Thema Inklusion noch mit Barriere im Kopf. Warum was ändern? Das alte System an sich bewertet, ich gehe nicht neue Wege, denn die sind zu beschwerlich. Ehrlich? Man kann nur hoffen, dass damit bei Schluss ist, ansonsten bleibt das Bildungssystem alt und verkrustet. Man muss klarmachen, Inklusion bedeutet Teilnahme für Erwachsene, Kids und Co. Inklusion schafft Zugehörigkeit, das Gegenteil von Ausgrenzung. Ey, du bist nicht allein. Völlig egal, ob mit oder ohne Behinderung, das Wir steht im Mittelpunkt. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch, es hat lang genug gedauert, jetzt geht endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so lautet unser Plan, Erfüllung inklusiv wird. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch, es hat lang genug gedauert, jetzt geht endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so lautet unser Plan, Erfüllung inklusiv wird. Eigentlich hatte ich gar nicht vor zu reimen, doch zu diesem Thema gibt es zu viele Vorurteile, deshalb muss ich jetzt auch mal das Wort ergreifen, um zu differenzieren wie Forschungszweige. Erstes Vorurteil, Förderschulen würden besser fördern, genau und man nimmt nicht zu durchs Essen von Burgern. Fakt ist, inklusive Schulen erhöhen die Abschlussrate von Schülern und zieht damit ihren Handlungsrahmen. Schau mal, Kanada, das Land der Inklusion, seit Jahren sind dort Schulen, inklusive Hammerwaren. Und weil man dort Chancengleichheiten wiederfinden kann, führt Kanada auch fast die Pisa-Listen an. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch, es hat lang genug gedauert, jetzt geht endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so lautet unser Plan, Erfüllung inklusiv wird. Vorurteil Nummer 2, Inklusion würde dem Kind schaden, doch Studien sagen, dass das überhaupt nicht stimmt. Fakt ist, wir gingen in inklusive Klassen und können rückblickend sagen, niemand kam zu Schaden. Vorurteil Nummer 3, Inklusion sei Gleichfacherei. Fakt ist, auch wenn es manche nicht peilen, Kinder lernen individuell, nicht eine Größe für alle, sondern für jeden das Tempo speziell. Egal wen du grad liebst, doch Mann oder Frau, und egal wo du herkommst und an was du glaubst. Egal ob arm oder reich, groß oder klein, schwarz oder weiß, Inklusion heißt, wir sind alle dabei. Yeah, viele Leute sagen Inklusion ist grundsteckend, grundplatte Illusion. Richtig ist aber die Inklusion heißt etwas bewegen, denn sie bringt den Schwung. Korrekt ist bei der Inklusion, sie ist für alle eine Win-Win-Situation. Also willst du etwas ändern, geh in diese Richtung. Schließ dich und lach und setz auf inklusive Bildung. Inklusion bringt den Flow, dreht eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so laut ist unser Plan Erfüllung inklusiv wird. Inklusion bringt den Flow, dreht eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so laut ist unser Plan Erfüllung inklusiv wird. Es wird verschieden, so laut ist unser Plan Erfüllung inklusiv wird. und darf nicht es wird nicht sich einfach weg … Strom wird vor allen Dingen auf dem Sinne drим Ep fiscal.